Der erste schöne Frühlingstag. Gehst du ein Stück mit uns? Die Gänse, die Langbeinigen, müssen mir helfen. Schneeweißchen! Rosenrot! Wohnt ihr in einem Haus am Waldrand mit eurer Mutter? Ja. Dann ist die Botschaft für euch ein Glück, dass ich euch hier treffe. Großvater lässt fragen, ob ihr ihm eure Lampe bauen würdet. Es sind zwei Männer gekommen, die wollen mit ihm in den Stollen. Gib ihm nicht die Lampe. Der Berggeist wird sie töten. Komm Schneeweißchen, wir sagen Ihnen, wie viele Bergleute in dem Stollen erschlagen und verschüttet wurden. Vorsicht! Wo sind Andreas und Michael? Ich weiß es nicht. Sie haben mich wohl aus dem Berg gebracht. Und danach? Als ich zu mir kam, waren sie nicht mehr da. Wir müssen sie suchen. Diese Tasche gehört Andreas. Jetzt habe ich euch, ihr neugierigen, einfältigen Ziegen. Habt ihr Abschied genommen von der Sonne? Wollt ihr noch immer das Menschenpack zurückholen und meine Schätze rauben? Als Bär und Falke wüsst ihr leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.